So Freunde, Willkommen zurück bei Metal of Honor, 2010. Der Hirte hat dran glauben müssen. Yes, Mom. Okay, wohin geht's? Mittelmaus, Einzelschuss. Okay. Wah, wah, wah. Er ist da. Ich war mal wieder ein bisschen zu feulig. Aber das ist doch noch... So. Scheiße, der hat uns waschgesang. Okay. Ja, aber ich brauche hier nicht Einzelschussmodus, ich brauche hier richtig... ...geballern. Was? Okay. 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 Ganz gechillt. Schön hinterher. Wo sind die? Wir können nicht zu feiern. Rabin, fliege ihn. Ah, da. Zack. Oh, voll. Oh. Fuck. Fucking clear. Das waren ein paar mehr, ne? Gargoyle. Ich glaube, ich mache doch lieber Einzelschuss. Ich glaube, ich mache doch lieber Einzelschuss. Ich brauche nicht mit. Von denen. Halt! Nein! Ah, doch. Jetzt haben wir Kalaschnikow und... Ah! Was habe ich da jetzt abgelegt? Nö, die nehmen wir natürlich mit. Voodoo, take the high ground and cover us. Ja, ja, ich komme schon. Voodoo, we have sound cover. Voodoo, move. Let's do this quickly. Reaper. That's what's got their attention. Willst du mal einen Scha... Ach du Scheiße. Hey, hey, ich will auch, ich will auch. Let's move. Go, lad. Ich will auch mal was schießen. Da, guck mal hier. Ah, ne, hier. So, machen wir hier einmal da und einmal da oben bist du noch. Äh, sieht man nicht. Da ist auch noch einer. Ich bin irgendwie zu lahmarschig heute, ne. Irgendwie habe ich nicht so die Kondition. Liegt vielleicht daran, dass mir gerade mein Internetprovider ein bisschen... Probleme macht. Ich warte nämlich auf eine E-Mail, weil ich habe gerade kein Internet. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn man Let's Place macht. Man will ja auch das Zeug hochladen, ne. Aber ich hoffe, es wird sich bald wieder bessern. Oh! Oh! Jesus Gott! Im Himmel. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. So, einmal, zweimal. Zack, zack. Wo ist er? Da war noch mehr, ne. Da ist noch einer. Jetzt haben wir ihn. Clear. Rabbit, take care of that gun. Ist wo, wie wär was? Wo? Ich sollte hier irgendwelche Sachen machen? Komm schon, Rabbit. Wir haben eine Zeitlinie. Ah! In die Luft jagen. So sieht's aus. Du kannst von hier fliegen. Komm schon. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Ach. Haben wir schon. Kaputt gemacht. Äh, war das jetzt gut oder schlecht? Oh, da fehlt was. Mother Dusty. Reaper 3-1 ist auf Station. Er ist bereit für 10 Mikes Spielzeit. Ich hab schon gedacht, da kommt der ganze Hang runter. Wir haben einen guten Tag. Okay, Reaper 3-1 ist ours für 10 Mikes. Strobe ist auf. Gut. Wir gehen auf die Linie. Wir gehen auf die Linie. Dieses Ort ist mit schlechten Leute. Wir müssen... Wir müssen bestimmt da rüber. Reaper 3-1. Wir haben ein kleines Konvoi von Trucks, auf die Hälfte zu unserer Position. Wahrscheinlich Hustelle. Frazier. Voodoo. Runpoint. Watch für Scouts. Rabbid. Wir nehmen die Trucks. Okay. Mother Panther. Ich liebe dich nicht. Wenn du die Strobe auf dem Fahrzeug sieht, sie sind Target. Ich dachte, die Strobe sind nicht freundlich. Wir haben alle von uns. Wir haben alle von uns. Wir haben alle von uns. Rabbid. Geh auf die Linie. Hahaha. Ich schieße einfach mal auf die. Mother, die Trucks sind mit Sam's. Schau mal hier, was wir hier wieder machen dürfen. Sie werden es nicht machen, Panther. Mother, die Trucks sind stoppt und jetzt ist eine gute Zeit, um sie zu treffen. Rabbid. Schau die Trucks. Haben wir nur die 105 Millimeter? Rabbid. Keine Zeit. Reaper 3-1. Neptune-1. Schau die Marker. Schau die Marker. Reaper 3-1. Kalli Schau. Schau die Marker. Ich will aber noch... Oh. Game over. Ach du Scheiße. Oh du. Die Ballern den ganzen Fels runter. Okay, ich glaube die Dinger sind am Arsch. Ich glaube das war's. Ja, jetzt ist es mal gut hier. Die reden mir irgendwie viel zu viel, ne? Ich kann gar nicht mehr reden hier. Ich glaube ich würde was sagen. Oh scheiße. Araber. Ey. Das ist meiner. Na? Jetzt aber. Okay, ich würde sagen wir laufen einfach mal weiter. Also wir dürfen jetzt hier... Was? 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 Back. Ihr habt keine Zeit. Was ist das da oben? Wow. Ich soll glaube ich irgendwie zurückkommen. Zu Voodoo. Ah guck mal. Ach das ist unsere da oben. Der macht jetzt ein bisschen platt hier. Ich hoffe das bringt doch was. Arschloch. Kill. 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 Kill ist ein gutes Wort. Autsch. Ey. Hab ich gar nicht gesehen, dass da noch eine ist. Ich finde ja die Waffen haben echt einen guten Sound hier. Reaper 3-1. Great guns. Are we clear? Hey. Es war Tag. Neptun 1. Sleer zeigt kein Bewegung über dich. Äh. Wenn ich hier oben hin lauf, ist es komisch rot. Lass uns gehen. Keine Überraschungen. Und es wird hell. Jetzt guck mal. Jetzt wird es hell. Ja? Okay. Sonne geht auf. Ich lauf hier, geht Sonne auf. Und jetzt passt mal auf. Und hier wird es wieder dunkel. Was ist denn das für ein verdammter Scheiß? Also. Ne, oder? Ich lauf hier hin? Witz hell. Wahnsinn. Ich hab grad ne neue Theorie aufgestellt. Naja. Ich sag jetzt mal nichts. Oh, hier bist du ein bisschen verraucht hier, ne? Oha. Äh. Schieß... Genau. Schieß den mal bitte einer ab. Ach du Scheiße. Ich hab voll den Gewirrkolben in die Fresse gekriegt, ey. Ich hab nur deinen Scheiß geschraubt. Lass uns zurück zu arbeiten. Ja, genau. Jetzt muss ich erst mal wieder... Lass uns öffnen. Das letzte war es. Es ist niemand. Bewegung 12. Ich bleib lieber mal ein bisschen hinten. Ich bleib lieber mal ein bisschen hinten. Sie sind fertig. Der merkt mal richtig, wenn das so nachladen tut. Irgendwie. So, jetzt darf ich glaub ich auch wieder schiessen, ne? Ja, das ist meine Aufgabe. Viel Blut. Woher die restlichen Blut sind? Sie nehmen sie. Sie machen das. Da ist... Da ist Blut, ja. Genau. Das sieht aus, als wenn die irgendwas hier hochgeschliffen hätten. So, wir gehen vor. Oh. Was? Der hat Drecksack. Ich hab gedacht, das wäre nur von meinen Leuten. Jetzt greift der mich an. Was zum Henker. Bleib ruhig. Wir haben ein anderes Camp. Jesus. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich kann alles sehen. Das ist warum wir auf dem Boden. Kommt. Dorthy ist auf der anderen Seite. Jimmy. Wir sind fast zu B.O.B. Wir haben eine große A.Q. Kampen. Numerous Fighters. Triple A positions. Das ist sehr. Ist Reaper-3-1 noch bereit für die Schmerzen? Standby. Reaper-3-1, Jimmy. Neptunen noch hat die Schmerzen. Sind Sie bereit für Schmerzen? Neptunen-1. Wir sind RTB. Reaper-3-1. Wir brauchen noch einen Pass von Ihnen. Neptunen-1. Gib uns 5 Mikes an den Arm. Wir können nur einen Pass haben. Wir können nur einen Pass haben. Wir können nur einen Pass haben. Wir machen es. Die Lichter ist geschehen. Und wir werden uns in ein Bullseye mit Wings. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Bleib ruhig, bis ich sie gehe. Wir haben die Schmerzen. Wir haben die Schmerzen. 6. 7. Mehr als ein paar. Geh laut auf Rabbid. Achso. Ich soll anfangen. Okay. Was? 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 Oh, ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Was? Was? Leute. Ich sollte mal irgendwie Munitionen und so. Und ihr redet mir einfach zu viel, wa? Ich sollte mal ihr schießen anstatt immer nur reden. Okay. Jetzt halten Sie auch mal die Fresse. Jetzt darf ich auch mal was sagen. Kaum sage ich was. Schon. Ey, geh mal. Ja. Geh mal Munition bitte. Alter. Muni. Ja, mal bitte. Für mich. Äh. Munition. Der will mir nichts geben. Komm, wir machen. Ich mach dich plat du Wichser. Mit meiner Pistole. Jetzt pass auf. Ich glaube ich kann mal hier umstellen auf, ähm. Brustfeuermodus. Ne halt. Auf. Au. Wow. Verdammt, die sind echt gut. Kaum streckt man den Kopf raus, schon kriegt man den Google ab. Status. Wir sind klar. Munition. Munition. Äh. Munition. Muni. Muni. Guck mal, die hat, die rennen immer vor mir weg hier. Ah, ich wollt doch. Munition. War ich das grad? Ne. Halt. 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 Ich glaub die können mich nicht leiden. Ich hab noch gar nicht geblieben. Aber jetzt. Ja, ich hab Munition gekriegt. Ja, endlich mal. Und hallo. Ich will für die Waffe auch noch. Ich. Hallo. Hast du mehr? Du kannst mich echt mal am Arsch lecken langsam. So. Hier unten geht's so wie es aussieht weiter. Ne halt. Wohl. Wohl muss ich. Leute, ich fühl mich grad hier irgendwie voll verarscht. Ah. Jetzt. Was ist das? Nehmen wir mal die 25mm Damit kommen wir ein bisschen die Man Line hier Da trifft es gar nicht, ne? Wie sieht es aus mit dem 40mm Loch jetzt? Ja, die ist auch gut Ja, guck mal hier da auch noch Da und da hinten Die wollen wir auch noch ein bisschen ausrotten Hier Ach, die 150 Die ist noch besser hier Wo, wer stört noch? Ah, hier Da hier Fred neben uns Scheiße Wir holen die Schwerter von hier Du und Rabbit nehmen den hohen Weg nach Dorsey Roger, wir gehen Okay, wir kommen Wir sind schon auf dem Weg Auf mich Rabbit, weißt du was? In einer verdammten Kave Wir gehen in und sind bereit Okay Äh, was hast du hier vor? Ich glaube Ich trau dem nicht hier Brauche ich hier Brauche ich hier irgendwie Nachtsicht gerät? Ne, ne, brauchen wir nicht Geht auch so Oh, da hat ein Bisschen ein kleiner Krieg stattgefunden hier draußen Ach du Scheiße Bevor ich hier rausgehe Werde ich mal kurz einen kleinen Schnitt machen Und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part Bleibt auf jeden Fall dran Ciao